ja meine freunde wir sind wieder back am stüssel in pokémon scarlet karmelsin und ja wir machen gleich weiter ich habe jetzt mal kurz eine pokémon geheilt und hier waren vorher ein paar pokémons pokémons oder ist mehr zu ich glaube schon ich habe jetzt die cam oben rechts hingetan ich weiß nicht ob das dumm war ich glaube nicht dass das dumm war und müsste glaube ich so bei pokémon scarlet müsste man so die kämen bisschen so nach links und das bild so bisschen wegschneiden das besser ist oder ist der hund dieser hund der typ der ja diesen hund hat wir haben weniger init dann probieren wir mal mit supertrank mein pokémon zu heilen habe ich jetzt zum pokémon schon gefangen ich glaube nicht ich probiere es mal weil wir brauchen jetzt greift es an vielleicht müssen was besiegen weil wir müssen dieses pokémon ein bisschen leveln was ist dumm älter verhöhner rein okay abgeklappt perfekt so neues level schlitzer 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 ist normal schlitzer ist normal ne lassen wir was ist hier für ein pokémon pichu kann das sein der dende waaat sind das für namen premiere war und komm was passiert wenn ich die premiere war als erstes werfen der dende waaat geklappt waaat geklappt gut der dende ui level up elektrofee wird in die box geschickt sehr gut also unser unser eines unserer ziele ist es ja noch jetzt hier schauen für das war falsch wie komme ich schon wieder in pokédex rein also jetzt bin ich beim pokédex so bisschen eher daher zuletzt gefangene also dieses hier haben wir nicht das können wir entwickeln warte mal wie hieß dieses pokémon etwas mit z ne habe ich das schon entwicklen habe ich das schon gefangen z z z z yep das bin ich habe ich jetzt uma hoher ach alle Nobilität wäre noch interessant. Hier hinten liegt was. Oh, das ist ein Pilz. Tanpeon. Machen wir mal eine Nitro-Ladung, dann ist es vorbei. Was? Pflanzt seine Wurzeln. Klammrad macht das mehr Schaden. Nicht wirklich. Spurenwirt von... What? Oh nein. Giga-Sauger. Nein. Kann ich das irgendwie wieder... Hyper-Hyper-Hyper. Nein, ich krieg's nicht wach. Dann ähm... Lieber das möchten. Da muss ich jetzt als Stardavia dran glauben. Jetzt verliebt er sich noch, oder wie? Ah, nee. Ach, dieses Pokémon ist nervig. Eidors. Da ist ein Pikachu, das hole ich mir gleich. Okay. So kann man das Pokémon auch töten. Los. Da ist Pikachu. Ich will ein Pikachu. Gib mir das Pikachu. Gut. Eine Nitro-Ladung sollte reichen. Eisenschweif. What? Oh nein. Er schläft tief und fest. Oh. Komm schon. Komm schon Pikachu. Ich will Pikachu. Ich will Pikachu. Agilität. Ich will Pikachu. Ich will Pikachu. Ich will Pikachu. Ich will Pikachu. Wir müssen uns mit einem Schlag töten. Oh... Agilität. Wach doch auf. Oh... Endlich. Gut. Nein. Jetzt trifft er. Scheiße. Aber hat fast kein Damage gemacht. Gut. 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 Pikachu ist unser. Endlich. Haben mich noch nie so gefreut über Pikachus. Nicht mal in Pokémon Go habe ich mich gefreut, weil die so häufig langsam vorkommen. Ein Maus-Pokémon. Ist wütend. Ist es wütend, entlädt sich augenlich die Exität in seinen Bockentaschen. Pikachu. So. Es gibt noch Pichu und... Kraftwurzeln. Da ist ein Knilz. Das will ich nicht. Ähm... Was... Was ich mit... Was ich mich noch... Mit... Was ich mit... Was... Ähm... Kann ich... Reden noch? Oder... Ist hier gerade Störung bei schlechten Empfang wie in Deutschland? Ähm... Was ich sagen wollte. Was ich sagen wollte. Und zwar... Was ist hier? Genau, da wollen wir hin. Ähm... Und zwar, mit welchem Thema ich mich in keinem einzigen Pokémon, welches ich gespielt habe, beschäftigt habe. Ist der Shiny Hound. Ähm... 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 Wie es jetzt bei dem Spiel ist... Keine Ahnung. Ich habe gesehen, wie Leute... Random... Shiny... Gekriegt haben. So gesagt. Gut. Oh nein. Das ist so eine Attacke. Sei mal getroffen. Gut. Oh. Oh. Ähm... Das war nicht effektiv. Ich probiere es mal mit Staravia. Ist das Staravia oder Staravi? Ja, die Betonung. Carpilz. Nils wird doch zu Carpilz. Das ist... Temp... Das ist ein... Kampf. Scheinbar getroffen. Auch dieses Pokémon kann nichts ausrichten. Ähm... Vielleicht hat Ent... Nein. Enton nicht. Wegen Pflanzen. Vielleicht habe ich ja mit meinem... Feliospa Glück. Ah... Der will immer Innit senken. Machen wir mal Biss... Pilz. Ist ja gut. Nochmal. Dann probieren wir es mal mit Zahnenbomben. Digga. Wie viel laufen wir denn noch treffen? Gut. Oh. Okay. Machen wir mal Finsterbomben. Ich will einfach dieses Pokémon haben. Gut. Carpilz wurde gefangen. Nice. 2.500 LP. Okay. Carpilz hat nur eine Pflanzung. Kampf war es. Hm. Okay. Okay. Was Knilz habe ich noch nicht gefangen? Ähm... Eine Frage. Da wo ich mich hin bewege, gibt es kein Poké Center. Wasser. Dann würde es doch Sinn machen. Nochmal schnell. Alter. Was ist das denn? Ein riesen Bambi. Ähm. Seit wann kann ein Tentoxa laufen? Tentagra. Oh. Das ist Wasser. Das ist Wasser. Das ist Wasser. Bestimmt. Wasser. Bestimmt. Ich hoffe es macht. Los. Ampferhaus. Nein. Es ist. Oh nein. Oh. Juwelenkraft. Ich will dieses Pokémon. Moin. Was geht Kraft Keks? Danke für dein Follow. Willkommen am Start. Bei mir geht aktuell ein bisschen Pokémon. Weitermachen. Habe ich schon, ähm, lange nicht mehr gemacht. Und, äh, also mit lange meine ich seit der vierten Generation habe ich kein Pokémon Spiel mehr gespielt. Deshalb ich checke null. Ich komme ein bisschen draus noch, aber sonst null. Auf jeden Fall danke für dein Follow. Echt nice. Ähm. Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung. Der Schuss hat Minit gesenkt. Hast du Interesse zu tauschen, weil ich bin kurz davor Pokédex fertig zu stellen? Ähm. Aktuell nicht. Ich habe nämlich so gut wie gar keine Pokémoons. Hoppala. Gar keine Pokémoons. Plus habe ich auch kein Nintendo Plus oder was. Das darf nicht. Ich möchte zuerst einmal, ähm, die Story hier fertig haben. Dann können wir sicherlich gerne tauschen. Gar kein Ding. Aber aktuell, so, muss ich selber noch ein bisschen klarkommen. Du hast einen Eintrag in Pokédex angelegt. Okay. Ein Quallenpilz Pokémon. Tentachau. Tentoxa. Und jetzt gibt es noch ein Tentacle. Ah, ist ein Spezialform. Okay. Ach, schade, Blut. Ja, war alles gut. Ich lasse mal den Follow. Gönn dir. Danke dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich wünsche dir nochmal, ich wünsche dir viel. Ich wünsche dir weiterhin viel Glück und Erfolg beim Kompletieren des Pokédexes. Äh, Gif. Ist es getragene Seite? Wie wird dieses? Okay. Kennen wir vorhin. Hast du Cripp? Äh. Nein, nie die Maschine. Äh. 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 Ja, bitte mach meine Pokémon fit. Äh. Gurt, in meine Obot nimmst du meine Pokémon in meine Obot, ah? Machst du sie wieder gesund? Alter, Salted Caramel riecht richtig geil. Wow. Null nach Salted Caramel, aber es riecht gut. Weiß zwar nicht nach was. Geschmack sind diese kaputt. Nein, mittlerweile rieche ich wieder. Vorhin war diese ganz schlimm. Aber wusste ich nicht mal mehr. Äh. Wie scheiße riecht. Das ist schon sehr schlimm. Wozu? Also ja, eigentlich ja gut. Dieser Geruch ist nicht so wirklich prickelnd. Jedoch ist es wichtig zu wissen, wenn irgendwas scheiße ist. Äh. Oh Mann. Da hinten ist ein Raid. Schaffen wir es dahin zu fliegen? Das wäre mega. Jetzt noch Gegner! Ohhhhhhhhh. thứ Meier wie altk publishers Ein Flamingo... Ey! Flamingo! Sollten wir hier sein? Sollten wir hier sein? Ich glaube nicht Kann ich bitte flüchten? Ach du Scheiße Jetzt ist mein Pokémon raufgegangen Und hier sind überall Flagmons Ich habe so ein bisschen Angst Brrring